Hallo liebe Camper! Herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal bei Mika Caravan in Dingesbüll. Ich möchte euch heute wieder einige Neuheiten oder beziehungsweise neue Umbauten zeigen, die bei uns in der Werkstatt die Woche noch stattfinden, stattgefunden haben. Und wie weit wir da sind, was wir da alles beachten, wie das vonstatten geht. Da haben wir auch nochmal ein Mobilwetter hinten stehen, wo es ein bisschen eng zugeht, aber das macht uns nichts aus. Da sind wir erfinderisch und da zeigen wir euch natürlich wie. Dann hinter mir steht ein schwarzer Tournee, den wir umbauen, der längs steht. Der bekommt auch einiges, ein Kundenfahrzeug. Der andere Mobilwetter, den haben wir draußen zum Testen. Da werden wir auch nochmal kurz drauf losgehen. Da müssen wir auch nochmal ein paar Tests machen und so weiter. Da nehme ich euch auch mit und zeige, wie das funktioniert. Aber damit das Video nicht zu lang wird, verschwinden wir jetzt gleich mal in die Werkstatt und legen einfach mal los. Also, auf geht's! So, und hier steht schon wieder unser nächstes Fahrzeug. Und was haben wir hier drauf? Eine schöne Solaranlage. Und zu dieser Anlage möchte ich euch jetzt noch was zeigen. Nämlich genau das, was ich immer sage. Hier seht ihr das. Steckverbinder. Im Prinzip, ich gehe wieder mal drauf ein. Nichts Verwerfliches. Das Fahrzeug war draußen gestanden. Es steht jetzt schon seit dem ganzen Tag herinnen und ihr seht hier immer noch nass. Hier steht nämlich durch die Senke eine Wasserpfütze. Seht ihr? Und der Stecker liegt direkt im Wasser. Also Punkt eins, was ich nicht verstehe. Schaut mal. Das ganze Kabel ist hier nicht im Kabelkanal drin. Also, Fahrtwind, juhu, die Welle. Ein Geklapper, ein Geräusche. Und dieses Vibrieren, dieses Steckers, hier im Kfz. Also, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das ein Leben lang lebt. Und so vollkommen ungefährlich ist. Hier genau das Gleiche. Da brauche ich bloß anziehen. Schaut her, was ich da raushole. Auch der. Ihr seht's. Klatschnass. Klatschnass. Und liegt hier unten. Da sieht man es. Da ist alles schwarz im Klitschnassen. Und das ist was. Und schaut mal, wie weit ich die hier rausziehen kann. Also, wie kann man so Solaranlagen verbauen? Also, finde ich nicht... So, jetzt sind wir im Inneren des Fahrzeuges. Was machen wir hier überhaupt? Wir bauen hier einmal eine Solaranlage auf. Hier kommt der neue FI rein für den Wechselrichter. Und auf der Seite kommt hier die Batterie rein. Eine 150 Amperestunden Batterie. Und hier rüber bauen wir dann noch unseren Spannungswandler. Der liegt hier schon. Wir müssen jetzt erst die Möbel alle anpassen. Damit wir die sauber reinpassen. Die Kabel durchziehen. Damit wir das gleich herinnen haben. Und dann hier schaut mal... Wieder Ordnung schaffen. Ja, so ist das. Wenn man sowas macht. Das endet immer so ein bisschen im Chaos. Ich sage immer, Gott sei Dank sehen die Kunden nicht immer, wenn man an ihren Autos am offenen Herz operiert. Weil es manchmal schlimmer ausschaut, wie es eigentlich ist. Wichtig ist, wir kennen uns aus. Und danach sortieren wir das alles wieder richtig zusammen. Damit es wieder ordentlich und sauber ausschaut. Aber da sind wir gut dabei. Mit großen Schritten. Dann wird es auch wieder richtig gut. Display vom Wechselrichter kommt hier rein. Wir hatten schon gedacht, wir müssen den Temperatursensor wechseln. Können wir aber dran lassen. Da müssen wir uns die Arbeit gar nicht machen. Den lassen wir hier einfach. Dann passt es. Dann schaut es ordentlich sauber aus. Und haben hier gleich den Wechselrichter unten schön bündig gemacht. Damit es sauber und ordentlich hier ausguckt. So Leute, jetzt machen wir mal einen kleinen Zeitsprung. Wir sind jetzt wieder ein Tag weiter in dem Schnitt. Das schneide ich jetzt aber in das Video mit Zwischenrein. Guckt mal, hier sind wir jetzt schon so gut wie fertig. Natürlich haben wir nur ein paar Kleinigkeiten zu tun. Hier liegen nur ein paar Kabel, die müssen nur verstaut werden. Aber das ist so die Idee gewesen, wie wir das Ganze hier verbauen. Hier die Lithium-Battrie. Hier den Wechselrichter dementsprechend. Hier anständig mit fettig Kabel. Dann hier unten schön die Kabel sauber reingelegt. Mit anständigen Plus-Verteiler, Masse-Verteiler. Sauber, ordentlich. Damit das alles sauber ausschaut, finde ich mega, mega sexy. Natürlich kommt da hinten nur die Abdeckung von dem 12-Volt-Verteiler drauf. Dann wird das hier alles nur ein bisschen schön gemacht. Wie gesagt, wir sind noch nicht im finalen Zeitraum. Das passiert morgen. Aber das schaut schon sehr, sehr gelungen aus. Muss ich sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Schaut richtig sexy aus. Und funktioniert auch schon alles tadellos. Dann haben wir hier herüben die 230-Volt-Verteilung. Hier, wie gesagt, der FI, den wir hier eingebaut haben, für den Wechselrichter. Damit auch der sauber abgesichert ist. Dann haben wir das Display hier reingemacht. Sapp. Also schaut auch sauber und ordentlich aus. Kann da echt nett meckern. Tolle Sache. Also gefällt mir richtig, richtig gut. Und ja, ich bin gespannt. Morgen wird das Fahrzeug, denke ich, so im Grof fertig werden. Und jetzt schauen wir nochmal ganz kurz aufs Dach. Ja, so schaut das Dach jetzt aus. Hier haben wir jetzt die ganze Geschichte verändert. Hier haben wir die Stecker rausgemacht. Wir haben jetzt Lötverbinder wasserdicht eingeschweißt. Damit da nichts mehr passieren kann. Damit die Steckverbinder auch dementsprechend nicht mehr im Wasser liegen müssen. Haben die ganzen Kabel natürlich gekürzt. Damit die nicht mehr so weit raushängen. Und somit ist das jetzt eine runde Sache. Dann haben wir hier eine komplett neue Dachdurchführung konstruiert. Zum einen haben wir die runtergemacht, die alte, komplett neu verklebt. Dementsprechend die Verbinder auch festgemacht. Alles sauber neu eingedichtet. Wie es gehört. Auch nur ein Kabel in die Tülle jeweils. Und haben hier für die Antenne eine neue Dachverbindung genommen. Separat durchgeführt. Auch sauber abgedichtet. Ingegen der Fahrtrichtung natürlich. Darum der enge Bogen. Damit das alles sauber abgetrocknet und abgedichtet ist. Damit das alles safe ist. Da ist nichts mehr locker. Da ist nichts mehr undicht. Da kann auch nichts mehr undicht werden. Dann ist es auch hundertprozentig safe. Ja, was liegt hier? Hier haben wir ja gesagt, kriegt der Kunde noch eine anständige Antenne rein. Bei Teilintegrierten und Integrierten müssen wir das natürlich anhand einer Edelstahlplatte praktizieren. Die jetzt genau hier sauber aufgeklebt wird. Damit wir dementsprechend die Durchführung machen können. Und die Stahlplatte sauber. Die ist geprimert natürlich. Die wird jetzt sauber da draufgeklebt. ringsherum sauber abgeschlossen. Damit die Antenne eine Rückstrahlung hat. Das ist ganz wichtig. Sonst funktioniert das ganze Thema nicht. Und ich sage immer wieder, wenn jemand einen anständigen DAB-Empfang, UKW-FM-Empfang haben will, dann muss die Antenne aufs Dach. Und dann muss eine anständige Edelstahlplatte drunter. Wenn kein Metalldach vorhanden ist. Und dann wird es entsprechend sauber verlegt. Das Kabel wird dann auch ein sauber ordentlicher Empfang gewährleistet. Und dann haut es auch hundertprozentig hin. Da habe ich nur tolle und gute Erfahrungen. Und so praktizieren wir das auch. So, hier nochmal kurz reingeschaut. Bitte nicht wundern. Hier hängen jetzt die ganzen Kabel. Ganz klar. Das sind die Kabel, wo jetzt da hinten runterkommen. Entsprechend dann verlegt werden. Mit den Kabeln gehen wir jetzt dann vor zu unserem Radio. Wie das funktioniert, das werden wir noch mitteilen. Das ist relativ, ja, schon ein wenig aufwendige Geschichte. Aber das funktioniert natürlich wunderbar. Und, ja, dann hat der Kunde auch einen anständigen Empfang. Hier nochmal einen ganz kurzen Blick rein, wie das jetzt fix und fertig ausschaut. Sauber aufgeräumt. So wie sich das gehört. So dass man überall rankommt. Ordentlich verbaut. Safe. Die Kabel alle gesichert. Mit Schutzrohre. Ordentlich, richtig. Die Batterie bombenfest. Ja, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Da bin ich echt stolz auf meine Jungs, wie die hier arbeiten. Muss ich wirklich sagen. Detlef, top. Super Arbeit. Unser Peter, super Arbeit. Also, muss ich echt sagen. Richtig, richtig klasse. Der Marc natürlich nicht zu vergessen. Also, die sind alle super, super. Jungs, muss ich immer wieder loben. Ich bin froh, dass ich es habe. Und da macht das Arbeiten echt richtig Spaß mit denen. Und die lieben das genauso wie ich. Und das ist eigentlich das Schöne dran. Unser neuer Elektriker, der Christian, auch top Mann. Das macht auch mir richtig Spaß, weil die einfach auch mit Herzblut dabei sind. Und das ist richtig, richtig schön. Weil, mein Gott, was wäre ich ohne die ganzen Jungs. Ich könnte das alles allein ja gar nicht bewerkstelligen. Und das ist schon echt riesengroßes Glück und macht mega viel Spaß. Ja, dann haben wir hier natürlich noch, das habe ich euch nur ein bisschen unterschlagen, im Vorderbereich. Das haben wir schon fertig gemacht. Da leuchten wir mal rein. Natürlich unseren Ladebooster verbaut von WCS. Damit der auch hier richtig ordentlich verbaut ist. Herankommt an den Rapid-Knopf. Den kennt ihr einmal gedrückt. Und dann legt er auch schon los. Natürlich in dem Fall geht er wieder aus, weil die Starterbatterie voll ist. Also, der ist auch schon verbaut. Und ja, so schaut das Ganze im Endstadium aus. Also, richtig klasse. Top. Und hier haben wir dann schon wieder ein neues Fahrzeug stehen. Unter anderem haben wir hier wieder eine große Lieferung gekriegt heute von WCS. Und dann wird das Fahrzeug morgen angefangen. Der kriegt auch eine ganze Menge. Hier verbauen wir zweimal 150 Amperestunden Lithium-Patrien. Hier machen wir da hinten im Badezimmer einen Max-Van rein. Dann bekommt er noch ein Zusatz-Luftfahrwerk von der Firma Goldschmidt. Und vor dem Bereich machen wir noch verstärkte Federn rein. Und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Aber zu dem Fahrzeug kommen wir dann das nächste Mal näher. Wenn wir da weiter sind, da nehme ich dann euch auf alle Fälle wieder mit dazu. Ein schöner Tournee. Und der ist verkauft, aber dann dementsprechend eben modifiziert. Damit der Kunde das Fahrzeug auch bald holen kann. Ja, und hier verkünstelt sich der Mark gerade an unserem Tournee, den wir fertig machen zur Auslieferung. Hier haben wir eine LED-Bar eingebaut als Arbeitsscheinwerfer. Richtig krasses Teil. Also echt eine coole Geschichte. Schön unsichtbar. Da unten verbaut kommt der Zusatzschalter rein. Natürlich muss man hier die halbe Front zerlegen. Macht aber nichts. Das ist alles top, damit die schön arbeiten kann da drin. Und wenn die Kabel hier hochgelegt, hier sind wir schon, sieht man schon die Durchziehhilfe. Hier haben wir schon den Kabelbaum, der da durchmarschiert. Also das ist eine tolle Sache bei dem Fahrzeug mit Licht. Also das ist schon richtig krass. Dann kommen hinten noch Arbeitsscheinwerfer. Da haben wir nur über die Position diskutiert. Die haben wir mal provisorisch hier befestigt. Natürlich kommen die links und rechts hin. Einmal hier und einmal hier. Arbeitsscheinwerfer. Dann, habe ich ja schon gesagt, kriegt ihr natürlich auch noch Luftfahrwerk und alles. Und auch da sind wir noch dabei. Lithium-Akkus. Max-Van. Also volle Hütte, volles Programm. Und dann wird er ausgeliefert. Also auch das geht in großen Schritten voran. Richtig klasse. Gefällt mir auch richtig gut. Da bleiben wir weiter dabei. Vor allem beim Luftfahrwerk nehme ich euch einmal mit. Weil das ist auch immer eine interessante Sache von den Einbauschritten. Damit ihr das vielleicht auch mal so ein bisschen mitverfolgen könnt. Was da eigentlich auch immer wieder an Arbeit drinsteckt. Was alles zu beachten gibt. Und so weiter. Ja, hier haben wir nur ein Tournee stehen. Ausstellungsfahrzeug. Auch der ist jetzt verkauft. Der wurde heute verkauft. An einer ganz netten Dame. Und ich finde es ja so mega. Also ich muss da auch wirklich nochmal ganz, ganz lieben Dank sagen nach Bremen. Ich glaube, das darf ich sagen. Ganz liebe Grüße. Und ich hoffe, du bist auch wieder gut nach Hause gekommen. Und das war ein wunderschönes Gespräch mit dir. Und ich freue mich auch schon für dich, wenn du da ein Fahrzeug kriegst. Das bauen wir auch nur ein bisschen um. Der kriegt nur ein bisschen Solaranlage, Lithium-Akku. Auch einen Max-Van und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Was ich euch natürlich nicht vorenthalte. Und dann freuen wir uns wirklich drauf. Weil, ja, das wird, wie soll ich sagen, ein tolles Fahrzeug für einen tollen Urlaubszweck. Oder nicht Urlaubszweck, sondern schon fast Lebensreisezweck. Und das finde ich besonders toll, die Geschichte. Und das macht dann auch noch mehr Spaß. Der bleibt nur ein bisschen bei uns. Weil, erstens muss ich ihn umbauen. Und zweitens kann ich den natürlich nicht rausgehen, bevor wir unsere neuen Lieferungen kriegen. Und die werden aber, ich denke jetzt Anfang des Jahres natürlich eintreffen, unsere neuen Ausstellungsfahrzeuge. Und da freue ich mich auch schon wieder richtig drauf, mal wieder neue Autos dastehen zu haben. Ja, das war wieder einiges bei uns in der Werkstatt. Da war wieder einiges los. Ihr habt gesehen, der Mobilwetter, wie er so langsam ins Endstadium kommt. Unser Tournee, wie er im Anfangsstadium ist. Dann haben wir draußen nur einen Kastenwagen stehen. Der kriegt auch einen richtig großen Umbau. Da freuen wir uns auch schon drauf. Der Tournee, der verkauft worden ist. Also ihr seht, die ganze Woche ist immer richtig viel los. Und ich muss auch mal so ein bisschen um Verzeihung beten. Ich glaube, ihr meint immer, wir sind so eine kleine One-Man-Show. Natürlich sind wir das nicht. Ich habe natürlich meine ganzen Mitarbeiter. Die Videos erfolgen deswegen immer abends. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, tagsüber, ich komme einfach nicht dazu. Hier ist im ganzen Tag wirklich remi-demi. Es sind hunderte von Anfragen und E-Mails, wo man beantworten muss. Dann kommt natürlich die ganze geschäftsorganisatorische Sachen, die man auch noch machen muss. Buchführung muss gemacht werden und, 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 und. Und klar, wir haben natürlich auch unser Nathalie im Büro sitzen, wie unser Nicole, die in der Auftragsbearbeitung und in der Angebotsbearbeitung nur fleißig mitmacht. Meine Frau, die fleißig mitmacht. Und meine Wenigkeit. Aber die technischen Dinge hängen halt doch oft an mir. Und da bin ich ganz ehrlich, ich komme da tagsüber echt nicht dazu, mal die Kamera in die Hand zu nehmen und unsere Werkstatt und unsere Jungs auch mal beim Arbeiten da ein bisschen mitzunehmen. Das, ja, es bleibt leider immer nur beim Abend, weil da sind dann alle weg. Da ist der Laden zu und da hat man so ein bisschen die Zeit dafür, die Geschichten zu machen und ein paar Videos rauszumachen. Also tagsüber keine Chance mehr. Das ist echt Wahnsinn. Aber auch dafür ganz, ganz lieben Dank, weil genau das ist ja das, was mein Job so mega, oder in meinem Job so mega viel Spaß macht, eure Fragen zu beantworten, eure E-Mails, eure Wünsche, eure Gespräche und auch wenn ihr hier seid, oft die ganz netten Unterhaltungen oder netten Unterhaltungen, wo man da hat. Also echt, echt mega und ich muss sagen, es ist unheimlich lehrreich und schön für uns und macht richtig mega Spaß. Ja, in dem Sinn wünsche ich euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Morgen ist Freitag. Ich wünsche euch heute schon mal ein schönes Wochenende, weil morgen weiß ich nicht, ob ich es schaffe. Das nächste Video wird wahrscheinlich am Samstag kommen. Ich gucke mal, wie ich es fertig kriege. Wir machen nämlich einen kleinen Ausflug zu meiner Schwiegermutter ins Erzgebirge. Da freue ich mich schon drauf. Da war ich schon lange nicht mehr und da ist einfach richtig schön Winter und da freue ich mich richtig drauf. Und das oder beziehungsweise deswegen wünsche ich euch schon mal ein wunderschönes Wochenende. Genießt, bleibt gesund, passt auf euch auf und ich sage ganz lieben Dank fürs Zuschauen. Natürlich freue ich mich über ein Like, wie über jeden Kommentar von euch, genauso wie über ein Abo. Da sage ich ganz lieben Dank und bis bald aus Dingesbühel. Macht's gut. Ciao. Ciao.